Moin Ben. Hi Chris. Hast du eigentlich gewusst, dass im Flugzeugreisen die sicherste Art der Fortbewegung ist? Echt? Also die stürzen nie ab oder selten. Da passiert fast nix. Okay. Hoffentlich, weil mein Sohn es da nicht dabei ist. Ja, dem passiert schon nix. Meinst du? Ja, und wo sitzt du eigentlich? Ich sitze irgendwo da rechts im Flugzeug. Seid ich gar nicht, warum hast du das nicht mehr... Woah! Alter! Was ist jetzt los? Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir schützen ab! Oh mein Gott! Alle die ganzen Kommen, fliegt los die Gegend! Scheiße, da fliegt er damit vorbei! Oh, Alter! Woah! Ich hab die ganze Schnauze weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben dich fest! Wir haben dich fest! Aua! Au, 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 au... Au, 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 au... Was ist denn das für ein Vogel oder das? Wieso ist denn der so rot? Au, 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 au... Au, 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 au... Ich hab schon die Axt aufgenommen! Ja! Moin Ben! Hallo Chris! Und... Hallo liebe Zuschauer! Aua! Aua! Zweite Staffel quasi! Von The Forest! Ja! Und wir wollen diesmal alles mit... Wie nennt man es? Vegan? Ja, sehr Hardcore extrem! Ja, einfach Survivalen! Also nicht irgendwie so Koffer looten! So wie ich jetzt zum Beispiel! Und einen Schokoriegel rausnehmen und Medizin! Sondern wir wollen uns alles selber craften! Wie Axt und sowas! Ja! Nur halt für... Für den Start brauchen wir halt erstmal diese Flugzeug-Axt! Aber die wollen wir dann erstmal nicht benutzen! Genau! Wir wollen uns quasi gegen Feinde dann mit... mit Speer und Feinbogenwehren und sowas essen! Oh, das sind Bären! Diese Lurschis und die Sträucher da halt! Mmh! Lecker, lecker, lecker! Sind das die Richtigen? Die Blauen waren das, ne? Ja, die Blauen sind die Richtigen! Ja, klar! Bei mir sind die nicht blau! Haha! Bei mir sind die rot! Noll-Own! Scheiße! Ja, gut! Das wollten wir halt mal jetzt mal so probieren! Wir haben es schon ewig nicht mehr gespielt! Ja! Auch mal schauen, was es so Neues gibt! Ich weiß auch echt gar nicht, was Neues gibt! Ich wollte gerade sagen! Ja, ich hab mal die Updates ein bisschen verfolgt! Also so richtig extrem in der Story ging es nicht weiter! Aber so wie du es letztens erzählt hast, die haben so ein paar Animationen geändert! Ja! Ja gut! Ein bisschen was hab ich dann auch gelesen! Lecker, lecker! Nur so mal drüber geflogen! Ähm... Ja! Ja! Wir wollen auch keine Base bauen oder sowas! Wir laufen einfach nur rum! Genau! Von Tag zu Tag! Gehen wir mal so ein bisschen fortbewegen, dass wir ein bisschen was sehen von der Insel! Und einen Speichersteller müssen wir natürlich immer bauen! Ja klar! Und wir werden es auch versuchen! Also keine Ahnung, ob das jetzt so einfach hinhaut, wie wir uns das vorstellen! Wir haben beide die Facecam am Laufen, wir fügen dann beide Köpfe ein! Der Christ, der sitzt nämlich da links neben mir! Echt? Du bist echt? Ja! der Rechte! Und dann schauen wir einfach, dass wir das so ein bisschen persönlicher gestalten! Ja! Wenn euch das so gefällt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben! Genau! Wäre nett natürlich auch! Genau! So! Jetzt würde ich sagen, wir bauen uns erstmal so eine komische Axt, ne? So eine Steinachs, damit wir... Ja, dazu brauchen wir aber Seil! Äh, ich brauche jetzt dein? Wir brauchen ein Seil dazu! Die können wir doch... Ah ne, ich hab nur zwei Klose! Das Seil brauchen wir Klose! Wir können mal zum Flugzeug zurückgehen, ob da Koffer waren! Leute, guck mal, wo wir sind! Ähm... Keine Ahnung? Ne, doch nicht! Oder wir gehen! Wir sind an seinem alten Zuhause! Nimm so allen Base! Ach, das ist übrigens ein neuer Spielstand jetzt hier, ne? Das ist alles... Ja, aber das ist neu! Der andere, der ist jetzt dabei auf Eis gelegt! Lol! Bis sich da eben in der Story was tut! Wir könnten mal so einen eingeborenen Dorf suchen, da hängen so Seile rum! Ja! Wie gesagt, wir machen rein Survival, wir knacken auch keine Koffer, nix! Ja! Leute, da ist das Loch! Jo! Da gehen wir noch nicht rein! Beziehungsweise irgendwann mal vielleicht! Aber auf der anderen Seite von dem Loch, wenn wir durch den... äh... See paddeln... Kommt, glaub ich, ein Dorf! Ich weiß es gar nicht mehr! Ich hab schon ewig nicht mehr gezockt! Wir brauchen halt auch Medizin, gell? Also... Ja, Medizin können wir ja craften! Das ist ja kein Ding! Jaja, aber erst mal finden! Heute wollen wir es so machen, dass die Flugzeugachs vielleicht, äh... Dass wir die doch behalten! Ja! Die Flugzeugachs vielleicht... Gut, das haben wir ja sowieso am Anfang direkt gekriegt! Ähm... Das hat uns quasi die Natur gegeben! Ja, genau! Was mir jetzt gerade einfällt, hätten wir im Flugzeug dieses Tablett mitnehmen sollen, damit wir Items austauschen können? Äh... Hätten wir fast machen können, ja! Ah, wir fühlen das bestimmt nochmal irgendwo! Ja! Da unten ist ein Dorf, hundertprozentig! Ja, genau! Guck! Da unten ist es! Oh, da steht einer! Was? Da steht einer, da vorne! Geradeaus! Am Feuer! Der schläft aber! Wollen wir überraschen? Ja, der ist aufgewacht! Der ist aufgewacht! Scheiße! Der erste Kampfschritt davor! Oh Gott! Jawoll! Und jetzt geht's los! Gucken wir, ob die immer noch so krass sind! Oh! Schönen Neihauen hier! Okay, der erste ist... Ne, der schlauft noch! Der schlauft noch! Der schlauft immer noch! Jetzt ist er tot! Jetzt ist er tot! Jetzt halte ich so viel aus jetzt, oder was? Wo ist denn der zweite? Hier, bei mir! Noll! Noll! Alter! Gehst du her! Gehst du her! Jetzt geht der da hoch! Warte, er fällt! Oh! Da ist er! Ups, hab ich dich erwischt! Ne, ich glaube nicht! Was für eine Jugelrolle da hier ist! Alter! Au! Jetzt geh halt her! Verdammt nochmal! Hau nein! Hau nein! Hau nein! Der schlauft noch! Au! Der Kopf ist auch rot! Der Kopf ist auch rot! Okay, warte mal! Das sind die Seile! Da ist ein Hase! Oh nein! Wir kochen natürlich auch keine Menschen! Menschenfleisch ist auch verboten! Wir machen nur so Kaninchen und Lurschis und Beeren und Rehe! Rehe! Oh, du hast schon so ein Ding gebaut? Ja! Da oben hängen Seile in dem Zelt! Ah ja! In dem Zelt! Volles Zelt hier, ne? Ja! Was auch immer das sein soll! Ein Tippi! Wie war das wieder? So, so, so! Perfekt! Alles klar! Gut, dann nehmen wir erstmal... Lol! Was? Alter! Hast du das grad weggepumpt hier? Den Totenkopf nehme ich auch mal mit! Also... Und Stoff! Ne, Stoff nehmen wir schon mit, oder? Oh, okay! Der Stoff hängt ja überall rum! Warte! Ja! Nehmen wir es sehen! Machen wir es erstmal nicht, okay? Okay! Was ist mit der Flair und dem Geld? Geld nehmen wir nicht, oder? Was ist das Geld? Ist das denn Eis kaufen? Vom Feuer! Ich kaufe kein Eis! Ich hab grad, das geht mit Blättern! Warte! Ja, geht's ja auch! Okay, hier ist Klaus nochmal! Wir wollen es eigentlich machen! Folgenlänge und so weiter! Können wir gerne mal in die Kommentare schreiben! Ich hab' jetzt mal so 20 Minuten angepalt wie immer! Und am besten so ohne An- und Absage, weil dann können wir einfach das flüssig durchstehen lassen! Du, mir ist grad eingefallen! Wir müssen gar keinen Speicherschelter bauen! Wir sind doch so Zelte! Oh, stimmt! Wir könnten gleich mal testen, ob das Speichern geht! Ja, ne, ne! Echt? Noch, es geht! Ja! Okay, ich speichere jetzt noch nicht! Ich hab' gespeichert! Okay! So! Ähm, wo war ich denn jetzt grad? Wir brauchen immer noch Medizin, also müssen wir Aloe Vera und so Zeug finden! Ja, das ist hier irgendwo... Keine Steine sind leer! Und wir sollten auch nach Nahrungsmitteln ausschalten! Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir jetzt was bauen sollen oder nicht! Oder nur so Speicherschelter oder einfach an so orangenen Dinger speichern, so Zelten! Ja, also ich würd' mich da schon ganz gern dran halten, dass wir wirklich Hardcore-survivalen! So nachts mit dem Lagerfeuer drauf warten, dass sie kommen! Ja, und was machen wir, wenn wir sterben? Dann sind wir tot! Dann sind wir tot! Oder was? Äh, ja! Ne! Ne! Ups! Doch nix! Aber Mann ey! Wo ist denn hier was? Hier ist gar nix, ne? Haben wir hier nicht mal die um der Wasserpässe? Ne, doch nicht! Doch, klar! Doch, die war da links! Ja, die war da links, ne? Äh! Wer rückt? Da ist eine! Oh Gott! Zwei! Ich hol mir den ersten! Ja! Loll! Bleib fliegen! Okay, meiner ist tot! Da hinten ist der Tote! Hier! Meine Ausdauer ist runter! Ja, warte, ich komm, ich komm schon mit dem! Loll, meine Steindachse ist voller Blut! Und der frisst den! Guck mal, der frisst den! Ne! Doch, lass mal, lass mal, lass mal! Äh, okay! Warte mal, ich mach mal mit! Jetzt wird der Böse, guck! Gehst du her! Geh jetzt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter, der ist platt! Ne, der sitzt! Ne, was? Jetzt, jetzt ist er tot! Jetzt ist er tot! Ähm, sollten wir die Zähne und so mitnehmen, um die an die Axt zu kleben? Kann man denn, kann man das an diese Axt kleben? Ihhh! Oh, schon im Kopf! Loll, das ist voller Smasher, das Ding, ey! Alter! Alter, guck mal, hast du auch Blut an der Axt? Ja! Krass! Loll, der Kopf, der rollt jetzt da ins Meer! Äh, ins Meer, in den See! Warte mal, kann man die Axt waschen? Ja, die Axt wird sauber, wenn du ins Wasser gehst! Das ist gut! Naja, wir sind ja selber auch voller Blutwiesen, gell! Ey, wir brauchen immer noch Medizin! Wir laufen hier rum, wie die Halbtoten! Ja, ich brauch schon mal was zu essen jetzt langsam! Naja, ich hatte ein paar blaue Sträucher, die haben mich voll gefüttert! Nicht nicht! Ich hab da noch gar nicht nachgeguckt, der hat gesagt! Ähm... Wir brauchen auch, wir brauchen noch so ein Upgraded Stick! Da oben war doch ein See hier, ne? Ja! Da ist ein Hase! Hase! Ja, lass doch erstmal dich zu dem See gehen hier! Ich will den Hasen! Da ist doch so ein Sticky irgendwo hier! Ich will den Hasen! Ja, das ist zu schnell für diese Riesenwachst! Wo war denn das? Ach, da oben ist ja noch! Was ist da? Ähm... Gibt's jetzt ein Sticky? Sticky-Dissick-Dissick! Bei dem heiligen Baum, oder? Hier steckt, glaub ich, eine! Jupp! Hier ist eine! Hier sind sogar zwei, oder? Ja, da ist ein Lusch! Ja, ich hab einen! Lusch! Komm her! Wie war das bitte? Ähm... Das? Wo ist der Lusch? Keine Ahnung! Wie kommt man da nochmal so eine Spitze draus machen? Äh... Indem du Knochen dranhängst! Knochen? Ich hab noch keine Knochen! Ja! Nee, wir müssen Leiche verbrennen! Dann kriegen wir Knochen! Aber ich kann dir schon in die Hand nehmen, gell? Ja! Ja, Mann! Ja, Mann! Sind da Fische hier? Warte mal, ich trink mal was! Oh, gute Idee! Ja! Da drüben war das Trinksymbol! Hier! Mhh... Lecker, lecker, lecker! Mhh... Schön versifft! Und ja, kurz ins Wasser! Da vorne ist ein Lusch und ein Hase! Warte mal! Wollen wir mal den Hasen! Mit dem Speer! Komm her! Ich komm mit! Hast ihn? Nein! Du hast angehört gerade! Ja, ich hab ihn! Ja, geil! Lol! Der zackt den jetzt! Ihhh... Achso, ja, das ist vielleicht diese Animation, ne? Ja! Okay, ich will auch einen finden, ich will es zeigen! Ich hab noch einen! Hier ist einer! Ja, ich hab auch einen! Lol! Da machst du das Fell runter und dann nimmst du den Hasen auf! Nice! Okay, wo war jetzt der Lurch? Den hab ich auch grad vorbeiflitzen sehen! Eieiei! Ach, da ist er ja! Und tot! Oh ja, der Stick hat auch jetzt Blut dran! Ja! Das ist voll ungewohnt, hier stehen so viele Bäume! Wo gehen wir denn jetzt hin? Keine Ahnung! Wir müssen immer noch Medizin suchen! Gehen wir mal in einen dichteren Wald! Ja, wo bist du? Hier! Hinter dir! Hier! Ah! Cool! Moin! Höhlen und sowas lassen wir erstmal außen vor! Ja! Wir müssen erstmal so ne Tasche bauen oder sowas! Ja! Also so ne Trinkflasche und so! Dass wir ja... Überleben und so! Ich hab mega Hunger! Ich hab mega Hunger! Lass mal hier ein Lager vorher bauen, ey! Ja! Wie war das hier der Buck, ne? Ich bin schon dabei! Achso, du baust schon? Ich guck mal, was es hier so Neues gibt! Was ist denn das? Oh lol! Lol, mir fehlt ein Blatt! Komm her! Blatt? Ja! Hier! Ich mach's an! Na ja, voll Survival, Alter! Mir Feuerzeug! Okay, lass uns mal das Ding drauf schmeißen! Lass uns mal das Zeug da drauf legen! Wir machen was mit Fallen und so! Meinst du, wir können Fallen bauen? Weißt du? Eigentlich! Das bringt einfach, glaub ich, nix, ne? Wenn du irgendwie... Unterwegs bist! Ja! Glaub auch nicht so richtig! Hast du jetzt drei Sachen draufgelegt? Ja! Die verrecken doch eh im Inventar! Ich hab auch nen Hasen wieder! Geil! Das ist voll easy so! Hallen brauchen wir nicht bauen! Lass ihn durch! 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 Nein, ich hab... Jetzt! Mann! Da ist er! Haha! Schaust du mal aufs Essen? Oh ja! Oh, es geht schon! Komm her! Schnell! Oh! Jawoll! Oh geil! Der hat auch so ne Fressanimation! Was? Mmmmm! Lol! Mmmmm! Lecker, lecker! Das sieht so aus, als wenn er auf braunen Steinen rumkaut! Ohne Witz! Ist das auch noch! Jawoll! Ah, geil! Ey, die Lebensenergie geht voll hoch! Ja, bei mir auch! Geil! Ich bin fast wieder voll jetzt komplett! Ey, wir sind voll die Beargrills! Ich brauch nur noch was zu trinken, damit ich komplett voll! Ja, dann geh halt mal zu so einem See! Hey, geil! Hier ist Chicory! Oh cool! Und da auch! Hier ist überall Chicory! Oh geil! Sehr geil! Kornflower hab ich gedingst! Und schau mal, dass die Steine und Hölzer in deinem Inventar voll sind! Ja, Holz hab ich glaub ich noch nicht genug! Aber das findet man auch nicht so oft, weil du bist ja hier im Wald! Nicht irgendwie, ne? Weißt du was ich mein? Ja, klar! Und den Lurchhäuten hier! Mmmmm! Lecker, lecker! Achja, die Lurchhaut, die könnten wir eigentlich gleich mal anziehen! Die zieh ich auch gleich an, genau! Oder ich kombiniere sie mit Blättern! Und dann? Ja, dann... hab ich quasi ne Tarnhaut! Hecht? Ja! Ist das nicht irgendwie anders der vorher? Ne, das war Lurch mit Blatt! Achso! Ja, gut! Du musst bloß die Büsche kaputt haben, dann kriegst du Blätter! Zwei Leaf Collected! Yay! So! Das ist halt so richtig Hartkürse, weil wir nicht so, dass wir jetzt so einen Topf an den Baum hängen und das Harz rausholen! Brauchen wir ja auch eigentlich gar nicht! Für was denn? Keine Ahnung! Wir haben ja nichts zu reparieren, wenn wir keine Festung bauen, weißt du? Eben! Äh, ich hab hier einen Höhleneingang gefunden! Lol! Aus dem Höhleneingang kam gerade Fledermäuse raus! Oh mein Gott! Oh ja, aber wir auch lol! Willst du sonst etwa looten hier? So! Oh lol, geil! Wie unrealistisch! Was denn? Irgendwie, oder? Wenn du mit so einem Stick an den Baum hier stoßt, dann fisch der ab! Was, der Baum oder der Stick? Der Stick? Also der Baum halt! Äh, warte mal, wie war das jetzt nochmal mit dem Ding? Also die Clothes nehmen wir mit, die Uhren lassen wir hängen, oder? Ich hab schon einen Bogen gebaut, gell? Wie geht das? Aber was, was ganz wichtig ist, äh, Clothes, ein Seil und ein Stick. Was ganz wichtig ist, wir brauchen Federn wie die Saar, ne? Ja, da müssen wir so, so Vögel-Spawnpunkte finden. Ja, wir machen nicht, wir gehen nicht nach Spawnpunkten, wir machen das richtig, äh, so mit Fangen ein und was. Ja, ja klar. Dass die, dass die, dass die Dinger auch was wert sind, weißt du? Das dauert aber ewig. Okay, ein Stick. Wir haben's ja nicht eilig, oder? Haben wir's eilig, ne? Clothes. Ne, ich hab's nicht eilig. So. Okay, warte mal, wie war jetzt das? Das war so. Oh, hier ist, hier sind Zelte. Ja, aber hier sind blaue Zelte hier. Und hier ist auch ein Upgrader Stick, vielleicht können wir hier fischen? Ja, hier können wir fischen. Okay, warte, ich komm gleich, ich zieh mir bloß meine Leuchttrau dann. Ja man, geil, ich hab'n Fisch. So. Da schwimmt einer. Jawoll, ich hab'n. Also Topf brauchen wir auch nicht, ne? Ne. Boah, das ist ein riesiger. Was? Alter, stich mir nicht den Fuß. Guck mal da, wie der zappelt, siehst du das? Ne, ich seh' bei dir die Fische nicht. Blub, 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 blub. Au. Entschuldigung. Wollen wir jetzt den ganzen Tümpel hier leer machen, oder was? Ja, ich hab' grad'n Fisch gedroppt. Oh, oh, guck mal da, hier ist ganz viel, äh, was? Was? Marigold. Oh ja, geil. Ich hab' immer noch keine Aloe Vera. Und es wird dunkel. So, oh ja. Wir müssen uns echt, äh... Craft dir mal ne Fackel. Ne, 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 lass mal, lass mal. Wir machen uns, äh, Dings. Wir machen uns diese Tarnanzüge, hast schon recht, eigentlich. Dann sehen die uns nicht so, dann reiben uns auch mit Schmutz ein und so. Ja, aber du brauchst trotzdem ne Fackel, sonst siehst du ja nachts nix. Ja. Vielleicht können wir uns einfach nachts irgendwo hinschillen, oder so. Also so ein bisschen abseits, weißt du? Und ein bisschen den Patrouillen aus dem Weg gehen. Ich hab' immer noch keinen Aloe Vera. Okay, gehen wir uns das an. Oh, guck mal da. Ich glaub, hier haben wir ja gewohnt. Hier ist ein Pilz. Alter, das war ein schlechter. Hier haben wir doch gewohnt, oder? Hier. Ja, hier haben wir ja gewohnt. Mit der Po. Ja, Mann. Ja, dann lass uns hier gleich mal hinbauen. Lass' los. Ja. Wie das ausschaut, gell. Was? So ganz anders, Leute. So nackt, ne? Das ist grad durchgespawnt. Ja, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's dunkel, ne? Jetzt müssen wir unsere Fackel bauen, ey. Ich hab' kleine. Wie ging das nochmal? Guck mal. Ein... 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 Ja, ein Steak. Alter, ich war grad voll durcheinander. Okay, ich hab' schon einen an, also... Okay. Jetzt... Oh, fuck. Thanks. Alright, so... Alright, so... Alright, so... Vielen Dank.